Verfluchte Fords greifen nicht an und verfluch... OI! Nicht schlecht. Ja, und damit willkommen zu einem neuen Let's Duel. Heroes of the Storm ist draußen und wird natürlich sofort gezockt. Wer es nicht kennt, das ist von Blizzard. Also Mischmasch aus allem im Blizzard-Universum als casual Variante zu LoL. Und mit sehr interessanten Maps. Ja. Es ist bewusst, da haben sie versucht einiges anders zu machen als bei LoL. Es sollte nicht als müder LoL-Abklatsch rüberkommen. Das haben sie auch geschafft. Ja. Es ist kein müder LoL-Abklatsch. Es ist ein sehr wacher LoL-Abklatsch. Waddu. Nein, Spaß. Es ist ein MOBA, was so verschieden von LoL ist, wie es nur sein kann. Einer der größten Unterschiede ist, glaube ich, auch, dass es erstens keine Items gibt und zweitens Team-Level. Und auch nur Team-Kills. Deswegen hat man auch in diesem Spiel grundsätzlich immer... Äh, so, das Ding hat man auch in diesem Spiel grundsätzlich immer, ähm, ne positive KD eigentlich, weil Kills und so Assists zusammengezählt werden. Ich kann die Kamera nicht bewegen, wenn ich im Fenstermodus spiele. Auch geil. Wie? Weil du automatisch aus dem Fenster rauskommst, oder was? Ja, das ist bei LoL, gibt's da eine Deckelung. Bei Heroes of the Storm anscheinend nicht. Äh, geh mal einmal aus dem Fenster raus und wieder rein. Ich kann meine Kuh noch nicht einsetzen, dass du nicht verwundet bist, ne? Ja. Ach nee, wenn ich genau am Fensterrand bin, funktioniert's. Ja, dann geh einmal aus dem Ding raus und wieder rein. Dann geh mal raus und wieder rein. Nein, nein, das... Das meine ich nicht. Ich muss exakt am Fensterrand sein. Ja, dann komplettes Mirror. Ich werde vom... Ich werde vom Fenster nicht blöken. Ich spiele jetzt mit fixierter Kamera. Ich werde es überleben. Okay, dann sorry. Ich gucke, dass ich das nächste Mal irgendwie im Vollbildmodus aufnehme. Es leckt ein bisschen. Es leckt ein bisschen arg. Ah, jetzt geht's. Was schön ist, dass ich dich aufs Lasted konzentrieren lassen muss. Achso. Ähm. Ja. Vergessen zu skillen. Wieso bin ich zwischen die zwei gegen eins lane? Weil bei uns drei auf der Botlane sind. Was? Moment. Du wärst dann bitte? So. Fick dich. Und Ripp. Nice. Ja, also ich spiele Diablo aus Diablo. Tank. Ich spiele Tyges Finlay aus Starcraft. Und hier gegen mich sieht man... Wer sind das? Oh. Volles Rohr. Volles Rohr rein. Werner. Immer schön. C10. So, wieder rankommen lassen. Mal gucken, ob ich den gleich nochmal kriege. Ich nehme an, ich nehme an, das Geblendet hier ist genauso wie das Geblendet aus LOL. Ja. Ja. Zack. Ah. Minion Block. Uh, Regenerationskugel. Au, 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 au. Ja, komm her. Oh. Ah. Mist, hab ich gerade ein bisschen kassiert. Ich hab gleich keinen Mana mehr auch. Ähm. Geh weg. Bist du dann mit dem Reittisch, ne, wieder da? Ich glaub ich brauch das hier. So, meine Seelen steigen jetzt auch passiv. Neue Stufe. Wir stehen schon mal in der Stufe über dem. Na komm. Jawoll. Wo ich meine Gunst gewähren. Top lane. Du liebe Grieche. Lass den mal versuchen, lass den mal versuchen einzusammeln, was auch immer das ist. Ich geb mich schon da drin. Gut. Ich halt die hier. Ähm, noch was. Nein, jetzt ist jetzt noch, ist jetzt noch irrelevant. Könnt ihr das halten? Ey, ich mein, könnt ihr das kriegen, was auch immer das ist? Ich komm zu dir, Patrick. Wir nehmen das. So hot slow. Alter, ihr habt da theoretisch oben einen Mann mehr. Das müsst ihr doch. Scheiße. Oh, das haben wir. Ich soll nur hier kurz in Sicht sein. Wie lange war ich da bitte gestunnt? Das war aber brutal. Oh, Talents sind nicht. Mega Mana kostet für meinen Heiltank. Nice. Ähm. Ich glaub wieder Botlane. Also jetzt sind hier drei Leute. Sieht eure Welt heim! Kommt Botlane wieder dazu? Wir haben schon mal einen der Tribute. So heißen sie jetzt auch, glaub ich. Ja, ja. Packy Heal Pot. Das macht der Typ da. Ach ja, sterben. Ich hoffe, dass ihr euch beeilen könnt. Nächster Tribut. Drauf. Einfach da reinlatschen? Nein, nein, nein. Der kommt vielleicht zum Teil. Ich wünschte echtes Geldes Smartcast. Ja. Die raffen das anscheinend nicht. Auch gut für uns. Ach, Leute. Die freie Kamera gewohnt, dass die fixierte so ein Schlons. Aber die muss ich halt nehmen, weil ich sonst die Kamera nicht bewegen kann. Was irgendwie noch schlimmer wäre. Ach so, wir haben das jetzt einfach. Ja, es spawnt gleich ein Dritter. Ach, Leute. Das wäre auch toll, wenn er mit einem Kumpel zusammen ist. Das wäre auch schlecht. Ich darf doch hier noch kurz was. Nice one. Ich darf doch noch kurz zwei Leute, zwei Sachen tun. Kriegen wir auch noch. Kriegen wir sowas von. Ah, weg, 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 weg. Ich habe meine Splittergranate leider gefailt. Ach, mir leid. Sieht mal ein Blümchen. Als ob ich sowas hätte. Valar möchte Diablo unterstützen. Das ist ja schön für Valar. Ja, und Valar ist da. Wählt ein Talent. Und Rift. Nice one. So, Nummer 1. Gut getötet. Ja, gut getötet. Da wirst du es. Oh, meine Gunst. Go, 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 go. Go, 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 go. Der ist direkt bei uns. Nice. Oh, da habe ich wohl, glaube ich, einen Call missinterpretiert. Egal, so viel Platz und hier auch nicht. Und? Come on. Ah. Hoch, was ist jetzt los? Das ist special. Und jetzt go. Vollgas. Die können uns nicht. Ah, ich bin um. Scheiße. Aber hier sind jetzt ganz viele. Jetzt draufgehen. Die Minutes von denen haben jetzt nur noch 1 HP. Ich bin um und low. Ich muss leider weggehen. Ich bin auch richtig low. Und jetzt brennen. Doppelkill. Das klingt immer noch richtig scheiße. Klipp. Gut getötet. Sie stört. Ach Mist, der hat noch einen Muni. Oh, ich habe schon 5 Kills gemacht. Das ist allgemein, das weißt du. Oder? Ja, wenn ich sage, dass ich die alleine gemacht habe, fühle ich mich besser. Ja, nur wahr ist es halt nicht. Ich muss da nicht reinlaufen. Ich kann uns hochrein, die Hölle. Supporter halt, ne? Der Flur sei aufgehoben. Bis wieder jemand manchenst da ringt. Der Flur ist echt ziemlich krass. Oh, ach du Heiliger. Oh, der hat seine Ulti an. Ich habe einen Ulti wieder. Also wenn ihr wirklich fightet und ein Ulti braucht, dann sagt mir, dass die ist global. Soll ich ulten? Ja. Ja. Das ist schon wieder was. Nein! Seel fix. Doch. Warum ist es passiert? Blutrausch vorbei. Also war das doch mein Muni. Wirklich 5 Leute getötet. Sind Blutrausch nicht 3 Leute? Ja, 6-1. Ich war 6 Kills beteiligt und die haben alle selber getötet. Ne, hier geht die. Blutrausch 5. Die Verkörperung der Angst. On my way. Äh, die Top-Land reißen wir den gerade ein bisschen ein. Wupps. Witter anscheinend auch. Nur Bot-Land nicht ganz so hart. Ich komme. On my way, on my way. Drauf mich so mega langsam. So, jetzt. Das war ja praktisch. Ich glaube, der ist nicht gerade eben genommen, ob es auch nicht so wirklich wahre. Da wäre ja diese aktive Heilung besser gewesen. Einer lädt mich in Loll ein. Okay. Weiß ich beim nächsten Mal. Diese Heilung ist nicht so toll. Loll. Die ich da genommen habe. Natürlich, Justo. Ich habe halt schon 8 Kill-Beteiligungen. Das ist richtig nice. Wir waren halt immer zusammen, ne? Ihr kriegt mich nicht. Bin aber gerade dafür. Danke. Die Mauern reißt auf den Heilbrunnen. Heilbrunnen, Drauen, Mauer down. Nice. Nice. Ein bisschen Mana zurückbekommt. Das geht? Die Timmel machen mir jetzt irgendwie keinen Schaden. Oh, nee. Komm. Lass mal hier raus. Lass mal. Oder? Nee. Jetzt sind wir hier doch genommen. Äh, wir müssen den Tributer nehmen. Ich bin schon auf den Weg. Genau so macht man das. Sitz auf. Ich laufe einfach nur auf allen Vieren stattdessen. Das Ende ist nah. So, jetzt schnell. Und danach töten wir den da. Den da? Jetzt auf die beiden drauf. Von hinten. Du bist ein Talent. Habt ihr es? Ja, nice. Ja. Deine Tower ist mir irgendwie... Ups. Ah, Hilfe. Nein. So, jetzt. Wo habe ich das laut? Vielleicht von... Ich muss doch kurz ein Talent wählen. Äh. Von der W von der E von der D. Doch. Lass mal hier ein Camp einnehmen oder so. Ich kann das nicht alleine. Wow. Oh, sie ist dort in der Mitte. Komme. Ne, passt schon. Lass mal in der Mitte helfen. Rein? Rein da. Gut. Macht nichts. Ich habe eine passive. Und schon lebe ich wieder. Angst, wer die wollen wir sehen. Nein. Halt und schnell durch. Tribut. Gut ist da. Jetzt schnell zum Tribut hoch. Die sind immer noch zu dritt. Mist, die haben ihn. Die haben ihn. Die haben ihn. Äh. Äh. War ich knapp zu spät. Ich muss hier jetzt auch raus. Ich bin sowas von down. Schaffe ich die? Wow. Okay. So nicht. Patrick, wo bist du gerade? Dort. Ich bin wieder auf dem Weg. Okay, dann lass deine Hilfe bitte kurz hier bei diesem Camp. Ja, mache ich. Die Verkörperung der Angst. Ja, Verkörperung der Angst. Ich habe es kapiert. So. Zack. Weiter nächstes Camp. Ja. Ich gehe mal aus dem Bild raus. Das ist so ein Schlons, der Fetzler. Wo es in diesem Game... Erste Tribut. Erste. Ja. Oh, okay. Ich liebe diesen Sonny. Ah, shit. Jawohl. Dann haben wir zwei Driebisse damit jetzt, oder? Ripp. Und jetzt hier das... Ja. Weg davon. Was macht der Vogel da? Ach, scheiße. Bin verwurzelt. Ich will den eigentlich... Ich will die poppen. Wollt ihr mal bitte helfen? Äh, gerade nicht. Nee. Das hat eine 4 gegen 2 Situation. Die sind ziemlich am verlieren, unsere. Beziehungsweise das Mittel-Pro-Affeld bleibt. Sehr schön. Tribut. Tribut auf der Top-Lane. Wir haben ja erstmal einen großen Boss reingehauen. Ja, der wird jetzt erstmal bei den Gegnern ordentlich Stress machen. Ich muss jetzt... Wo ist der jetzt mit Gut? Hier oben. Da. So, jetzt schnell. Und mit der Tatsache. Ihr habt meine Gunsterrungen, Helden. Mögen eure Gegner meinen Zorn spüren. Was kommt's jetzt jetzt? Bin jetzt die Minions wieder gebufft, oder? Nee. Auf. Oh, das ist doch eine Luxe-Sulti. Bleibst du bald stehen, du Vogel? Wie schnell ist dieses Drecksviech, bitte? Oh, Top-Lane. Das ist richtig schön durch. Oh. Oh, ja. Die hab ich gar nicht bemerkt. So endet der Fluch. Ach so. Der eine Boss, den wir gemacht haben, der hat komplett allein alles durchgepusht. Ach so. GG. Ja, GG. Dann guck ich, dass ich nächstes Mal die Aufnahme ein bisschen drehe. Sag danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020